Bogen schützen, wie in Minecraft habe ich hier noch nicht gesehen. Oh ja, man sieht gleich mein Logo oben drin. Irgendwie im Vergleich zu dem letzten Mal. Ich hoffe zumindest, dass man es sieht. Ich weiß noch nicht, ob das allgemein besser ist oder nicht. Aber für mich ist es halt angebessert, finde ich. Weil ich mein Logo einfach gerne da drin habe. So. Dann meinen wir uns mal hier hoch. Oh, es wird Nacht. Oh, ich habe einen Dirtblock unterwegs mitgenommen. Ui, das sieht aus wie viel Holzbaum. Den nehme ich doch gleich mal auseinander. Warum ist eigentlich die Tür zu? Warum ist diese Tür zu? Die habe ich doch offen gelassen, oder? Hm. Warum muss ich die Münzen... Mitnehmen. Keine Ahnung. Wird sie für einen Augenblick mal die anderen auch noch hier lassen? Okay. Herstellen. Ich kann doch bestimmt was herstellen. Oder ich gehe zuerst auf die andere Seite, schmelze mein Zeug ein und komme zurück. Hm. Ich kann doch bestimmt mein Zeug schmelzen. Genau, Glas. Wie eine Menge Glas kann ich so herstellen. Wer wegen... Oh, ich kann Bottles platzieren. Okay. Kuppelbahn. Kuppelbahn. Eisenbahn. Und... Flaschen. Okay, mal schauen, ob ich mit den Flaschen... Ich glaube, wenn ich die auf den Tisch stehe, kann ich was herstellen damit. Hm. Okay, dann würde ich mal sagen, wir stellen uns mal wieder hier hin. Schauen, ob wir noch irgendwas machen können. Hm. Schließen. Wooden Sword. Arrows. Ähm. Wooden Sword. Dann nehme ich das... Copper Broad Sword mit. Da ist eine Chain. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich die für brauchen kann. Oder doch, ich weiß ungefähr. Ich kann da, glaube ich, irgendwie Crappling Hooks bauen oder so. Hm. Unser Freund. Kommt der. Boom. Yeah. Oh, kein Platz mehr. Okay, dann nehme ich erstmal wieder was ein. Wobei ich eine Tour hier oben hin. Chest. Da kann ich es nämlich dann einlagern. Okay. Was kann ich? Sticky Glowstone kann ich... Kann ich machen. Konsumable. Okay. Ich würde sagen, die halten dann halt auch an Wänden oder so. Ich kann es mal testen, indem ich einen einsetze. Oder zwei oder so. Okay, passt schon. Ähm. Das kann ich nicht lagern. Das kann ich lagern, das kann ich lagern. Glas hebe ich nochmal kurz auf. Ich kann doch bestimmt hier noch was herstellen mit... Ach schmarrn, ich wollte eine Pottle auf den Tisch stellen. Okay, jetzt kann ich hier nämlich Alchemie herstellen. Zurücks machen. Theoretisch. Aber ich habe keine Materialien dafür. Moment, habe ich den Bucket of Water dabei? Eigentlich schon. Ich dachte, vielleicht kann ich den... ...kombinieren mit irgendwas. Hm, okay. Dann halt nicht. Wenn es so ist, dann werde ich mal den... ...freund hier unten fragen. Crafting. Water Bucket. Geht nicht. Okay, dann ist er nutzlos. Bottles. Also, Bottle of Water braucht nur eine Bottle. Healing... Äh, was macht das eigentlich? Okay. Potion, Pilz, zwei Gel und okay. Gel? Habe ich keins mehr, oder? Nö. Samana Potion. Green Dial. Fischbowl. Fischbowl. Goldfish. Hoho. Ups. Die nehme ich schon gern wieder mit. Ähm. Kann nicht... Funktioniert das so. Ah, doch. Ich stehe im Wasser drin. So, jetzt kann ich, wenn ich hier hingehe. Yeah. 20 Life wiederherstellen. Sehr gut. Nachdem wir das haben, könnte ich mal im Moment das Zeug lesen. Die Tür. Das Zeugs. Das hier. Das hier. Die zusätzlichen Torches. Die zwei gefallenen Sterne. Die Daybloom. Das Eisenherz. Die Holzplattform. Nein, die Holzplattform nehme ich mit. Die Dirtblocks. Die Pfeil nehme ich auch mit. Das kann ich lagern. Das kann ich lagern. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und die Stoneblocks. Die kann ich eigentlich verarbeiten, wenn ich Holz habe. Und eine Workbench. Eisen werde ich lagern. Glas werde ich weit auch lagern. Chain werde ich lagern. Cobweb werde ich lagern. Die Blinkroutes. Okay. Zwischen ist die Kiste relativ voll. Hm. Hier habe ich Holz. Damit kann ich doch bestimmt was Gutes machen. Hehe. So. Pfeile. Gut. Jetzt kann ich wieder brennende Pfeile machen. Sehr schön. 109 brennende Pfeile. Dann kann ich mich ja wieder auf die Jagd begeben. Nach Viehzeug. Hm. Gehen wir in die Richtung oder in die Richtung? Hm. Würde man sagen, wir gehen in die Richtung. Hm, hm, hm. Ha, ha, ha. Okay. Ähm. Ja. Ich fress mal wieder so eine Bottle of Water. Bringt das nicht die Bottle zurück? Oh, ne. Man verliert das Glas und den Sand. Hm. Oh, Mann. Jetzt wird schon wieder stockfinster. Holzfällen in der Nacht, Holzfällen in der Nacht, Holzfällen, 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 Holzfällen. Yeah. Das Geld mal kurz aufrufen. Weil wir haben hier etwas Dings. Oh, man hat, glaube ich, Gandhi gesehen. Mahatma, natürlich. So. Weg, wieder zu machen. So. Okay. Wir könnten mal schauen. Wo gibt es Zombies? Hier gibt es doch irgendwo Zombies. Ich will doch jetzt... Ich will die Zombies sehen. Ich will die Zombies sehen. Ich will die Zombies sehen. Ich höre sie ja schon. Deshalb. Weit dürften... Weit weg dürften sie nicht sein. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie das... Oh. Doch die Audioqualität mich hört oder nicht. Hm. Vielleicht frage ich mal nach. Skype oder so. Muschel. Oh. Let's a song be. Am I real long? Bam. Egal. Das war ein Fail. So. Stirb. Okay. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Torche hier mit. Bis wir es hier mal ein bisschen heller unten haben. Jetzt werden wir nichts mehr sehen, wohin wir fallen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier nach oben. Nachdem der Zombie direkt über uns ist. Okay. Ist jetzt runtergefallen. Sehr schön. Ich will ja nichts sagen, aber ich hätte bevorzugt, wenn ich dort drüber, den drüber gesprungen wäre. Bam. Kannst du nicht sterben. Danke. Manchmal gehen die Pfeile zum Glück nicht aus. Oh, da ist wieder Kupfer. Kupfererz. Das mir aber hier zu dunkel ist, werde ich mal hier machen. Hey. So, jetzt habe ich es platziert. Das Kupfer mitnehmen, weil das kann man immer brauchen. Oh, da ist Eisen, würde ich mich nicht täuschen. Oder ist das auch nur ein billiges Kupfer? So. Boah, verdammt. Das war knapp. Wir hatten nicht mehr viel Life, aber ein bisschen hat er noch. Okay, dann würde ich mal sagen, wir saufen hier so eine Potion da rein. Ne, wir schauen jetzt, dass wir hier an das Kupfer rankommen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den dazu bringe, vorbeizubringen. Und dann würde ich mal hier noch ein bisschen kommen. Zwei Linsen habe ich hier gelagert. Eine habe ich, glaube ich, oben noch drin. Wie viele gefallene Sterne habe ich eigentlich? Hier nicht viele. Wie sieht es hier aus? Gefallene Sterne, einen. Kann ich den doch nochmal dazu tun. Drei haben wir da. Dann haben wir bald vier. Vier Stück kann ich mir mein Geld wieder. Wow, wow, wow. Schesse. Dreckszombies. There's a zombie on my long home. So, jetzt hier kann ich euch verprügeln, ihr Drecksviecher. Ah, schesse. Ist jetzt ein wenig noch kein Beschützturm gebaut? Das ist das Böde. Shit. Verdammt. Sehr schön. Wieder alles einsammeln. Alles meins. Alles meins. Okay, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Dings. Was habe ich die eingesammelt, die Sticky? Glowstone. Warum kann ich den wieder einsammeln? Keine Ahnung. Vielleicht laufen die ab und man kann sie irgendwann wieder aufsammeln. Wenn man Glück hat. Hm. Bis jetzt habe ich erst ein einziges Mal Sand gehabt. Hm. Ich finde es aber immer noch ein bisschen lustig. Ausrüstung. Gut, Fackeln haben wir. Da ist noch ein Zombie. Zombie on your long home. Oh man, ich... Das kommt doch von Plans vs. Zombies, oder? Oh, was sehe ich denn da? Fallen Storm. Oh. Du brauchst mir das wirklich zu zweit spielen. Da einer sagt Dings. Ah, war das nicht hier. Das war die Höhle, wo ich so gleich abgesoffen bin. Das hier war die andere Höhle, wenn ich mich nicht täusche. Hier könnte man massig Lehm abbauen, aber Lehm brauche ich nicht so viel eigentlich. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, was mir Lehm alles anstellen kann. Weil ich weiß nämlich relativ wenig. Shit. Shit. Nein, hier ist die Höhle, wo man absäuft. Hm. Was hat das hier? Kupfererz. Stimmt, das ist eindeutig die Höhle, weil ich hier nämlich nicht rauskam. So. Fuck. Fuck, man. Oh. Sie ärgert mich. Hier würde ich mal sagen, bauen wir dann komplett zudern. Man kann ja da durchspringen. Das ist ja das Praktische. So. Dann würde ich aber mal schauen, dass wir hier ein bisschen Clay abbauen und anfangen, was das bringen kann. Wir müssen wieder nach oben an die Oberfläche. Wir müssen ja Sterne sammeln. Wir haben nämlich kaum Mana. Erst einen Mana-Stern und das ist mir zu wenig. Bauts. Bis jetzt kann er mir nix. bis jetzt geht's. Bis jetzt. Vielen Dank.